Yo Leute, euer KS-Boy ist wieder back am Start für euch. Heute wollen wir wieder mit zwei Späschern ganz so weiter lieben. Will ich mal miteinander lieben machen. Was ist hier? Ja Leute, wir haben jetzt... Ich hab ja dieses Video gehört, was geschah bei der Hosting Game. Jetzt hab ich was in den Schrank gehört. Und das ist jetzt das letzte Video. Und in vier Tagen mach ich dann... Also in drei Tagen mach ich kein Videos. Weil ich hab ja acht Videos dann vorproduziert. Und heute fahr ich weg. Heute ist das letzte Video. Ich warte eine halbe Stunde lang. Und mein Onkel erzähl ich ihm das. Ich hab mich schon angezogen. Das ist echt, richtig groß. Und ich hab irgendwas gehört im Schrank. Also wir alle. Und ich seh so ein Haar da, Leute. Ich lösche euch das mal dahin. Vielleicht seht ihr das nicht, aber das sind Haare. Ich weiß nicht, warum das Haare sind. Ich weiß nicht, ob da... Ich glaub, ihr habt das nicht gesehen. Ich hab da richtig... Ich hab keinen Bock drauf zu gucken. Das sind Haare. Blonde. Also Leute. Ich hab gehört... Es könnte entweder eine Puppe drin sein, die uns umbringen wird. Oder es könnte ein Gegenstand sein, wo Haare drin sind. Ich hab richtig Schiss, das aufzumachen. Weil ich hab... Und da ist auch der Buchstabe. Und da steht auch ein P. Ja. Also ich hab keinen Bock... Okay, Leute. Machen's einfach auf. Für dieses Video 10 Likes. Okay, Leute. Wir machen auf. Machen, mach auf. Okay. Ich halt die Kamera. Mach auf. Mach auf. Mach auf. 3, 2 und los. Ach. Ah. Ich hab ein Puppenteller mit dem... Hallo. Oh. Alter. Guck mal. Mir ist einfach die Puppe hingefallen. Ey, den gehört nicht normal. Die blutet. Die blutet. Was ist das? Die lassen blutet. Guck auf. Die lassen bluten. Das waren seine blonde Haare. So, doch. Wir Puppen. Die werden ihn rumbringen. Die blutet in die Nase. Ja. Oh. Ey. Gut, Leute. Wenn du weißt, was mir gefallen hat, geht ihn da nach oben da. Das war das letzte Video hier. Und wir sehen uns wieder in 3 Tagen wieder. Also in 3 Tagen wieder. Wenn ich wieder ein Video mache. Ciao, Leute. Ich guck mal, Leute, ob ich noch so ein kleines Info-Video rausfahre. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann. Ciao, Leute. Ich verabschiede mich für diese Worte hier. Meine Schwesterin kommt mal her. Sag mal ciao. Tschüss. Tschüss. Achso, abonniert meinen Kanal, Leute. Wir haben erst gar keine Abonnenten. Und ich finde es echt gut, wenn jemand meinen Kanal abonnieren würde und coole Kommentare schreiben würde. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel auch einen Live-Stremen machen oder Spiele spielen. Dann sage ich tschau. Ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich. Vielen Dank.